oh die dauern wirklich lang oder? ich trink mal schon mal ein schluck wasser vielleicht so wasser ist schon mal okay boah so ein ei dauert schon was eins essen wir schon mal das sieht aber komisch aus aus sein naja so wir haben noch brennstoff für 19 minuten ach komm mach hin ey das dauert ja und dauert was mach ich denn mit der tür hier? das ist die tür gegen die wand prima so aber wie ich so ein bisschen was sortiert ist schon mal sehr gut weil das ist das a und o hier in dem game wenn man sehr gut nicht vernünftig sortiert dann ist man hier verloren wie lang so eine minute dauern kann ach so wir haben ja die Schuhe na gut ich hab hier bloß zwei Schuss ich brauch bloß ein Wasser naja gut wir wollen ja jetzt nicht ein riesen Ausflug machen ich will ja was erst mal so ein bisschen schauen was in der näheren Umgebung jetzt hier noch ist schau dass man sich einschalten kann wenn zu ende dann schalte den Herd ab das wäre noch genial aber wie will man das im lager vorher dann erklären oh gott jetzt sehe ich wieder nix hier auch wieder auf naja so ich wollte jetzt da noch kurz am Briefkasten hier also der hat ja nix da hab ich da eben schon lang oder na aber nicht komplett ok boah ich hoffe wir kriegen bald ein Fahrrad zusammen ey ich will nur den Weg mit zum Händler nochmal anschauen weil das geht ja irgendwie von da ab also dass wir wenigstens die Ecke hier noch haben ah da hinten ist dieses verbrannte Gebiet oh Gott oh Gott hat ja schon wieder Hunger ähm ach nee das können wir glaube ich muss dann vielleicht machen so ein Kreuz bauen na egal ich versuche dran zu denken und Ausschau halten nach Wild vielleicht ist hier irgendwas ein Zombie Zombie vielleicht ist er eben nicht so lecker Eisen ist auch ein bisschen hart so was ist das hier wie viel hat der nix naja wir gehen hier mal rein wir können hier mal gucken also da sind bestimmt Zombies drinnen aber scheinbar nicht hallooo oh ne Toppflanze das ist ein Kreuzschrank der so ein Geräusch macht hm nur vergammeltes Zeug hier nun und trübes Wasser so erstmal Lärm machen damit alle Zombies auf uns aufmerksam werden Wäschel hier können wir nix hier gehts wieder raus du bist schon oder ja da kommt jemand aus der Tür gleich doch nicht äh was ist hier los enttäuscht mich nicht ist ja auch geil man kann von beiden Seiten rein aufs Klo laufen scheinbar wo du sitzt da drauf und stumm von beiden Seiten Leute rein hier na gut hm scheinbar gibt es hier wirklich nix oder oh bücherstapel ja sehr gut das ist immer wichtig so ne ich würde den vorn weg machen ne das nix tjo ist ja sehr unspektakulär oder na müsste es doch irgendwo besonderer sein wo wo ach da oh level 4 guck an so hier ist auch noch einer oder oh hier sind ganz viele hm da ist ja noch ja aber ich höre noch einen rum koppeln ist das draußen warte da kommt einer die Treppe hoch warte ich will kurz gucken mein gott geht das hier hoch hm wahrscheinlich draußen oder ich habe gerade überlegt ob das nicht hier ein Spot wäre oder so aber naja hier sind Zombies eben drin ne ich habe keine Ahnung ah ja da kommt sie ja schuldigung Zugang verboten ach natürlich hat sie mich jetzt getroffen und infiziert natürlich haben wir noch Honig äh ne naja gut ein Treffer und schon ist rum ach guck mal kleiner Buben naja gut wenn man jetzt hier den und ob man da hochkommt wahrscheinlich nicht aber wenn man die Treppe hier kaputt macht dann kann ja eigentlich keiner hoch oder wäre eine Überlegung wert ob man hier nicht ähm so jetzt müssen wir erstmal hier gucken so na komm schon ich habe sie doch schon gesehen was der noch mal nach mir gegriffen ist ja unglaublich noch jemand ne 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 so haben wir eine schicke Kleidung ne Kleidung habe ich auch noch nicht gefunden so richtig ach Bier ich dachte es wäre Honig hier ist Wasser achso und das Ding ist schon auf ok ja gut also hier ist wirklich nicht viel zu holen aber wenn man ein Stück von der Leiter äh von der Treppe weghaut und sich eine Leiter hin bastelt das blöde ist nur man hat natürlich hier keinen Spot um irgendwie runter zu gucken auf die Zombies oh Schuhe guck mal ok ok ich dachte ich hab ich nicht eben schon kleine Hoffen besucht was ist das denn hier alles ähm ne von hier kriege ich ja keinen also ich müsste ja irgendwie ja wir was außen was hin bauen naja das könnte man machen na mal sehen wir gehen jetzt mal weiter und schau mal was es hier so schönes noch gibt so ich würde jetzt gern wie war das nochmal dass man eine andere Form nimmt ne ne ich wollte nicht bauen das Spiel das Spiel alles vergessen was ne 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 wie konnte ich denn jetzt die Form auswählen ich hab das schon wieder vergessen ne soll ich nicht aha hm ich schmeiße sie mal weg ähm warte mal kurz gucken Notion äh Tastatur, Maus Bewegung Zauberfläche, ne Divers mhm Verarbeitungsauswahl füllen Kamera ändern Hi Xilev, grüße dich, moin So, wo war denn das? Boah Boah Irgendwo ging das rennen, drucken, na das ist alles die Bewegung, Werkzeuggürtel, Mausrad, Fahrzeug ist es auch nicht, Inventarkarte, Questwertung, Charakter, Fertigkeiten, Kreativmenü, Kreativmenü, Rönt ich suche ich komme nicht mehr drauf wenn man jetzt hier den baublock hat kann ich doch eine andere form wählen also eine schräge ein kreuz weiß ich nicht was mir fehlt gerade die taste die das ruhig das umschalte besser sind würfel habe sondern dass ich denn eine andere form habe das suche nicht gerade und ich weiß nicht mehr welche taste das war ich dachte es wäre aber was nicht naja ich weiß das noch mal kann nicht sein aber ich bin noch nicht haben die 460 stunden spielvergnügen nicht ausgereicht um herauszufinden dass die ging und bin ich dann gerade so hochgegangen okay ach so ist die kamerasicht oder was okay das ist auch neu kenne ich auch noch nicht weiß ich gerade nicht eigentlich war es ganz einfach oder kann ich das vielleicht noch gar nicht näher was kann ja auch nicht sein oder hier brauche ich doch bis das na gut dann weiß ich gerade nicht mich jetzt war so ein bisschen weil ich eigentlich das rausführen möchte lange die tabtaste drücken kann es das sein ne das ist es nicht aber das war schon mal durch die richtige richtung oder ne scheinbar doch nicht ich habe schon was anderes lange drücken ne ordentlich ja gut oh ich muss ein Ei essen warte ich stelle das mal eins gut irgendwie kriege ich es gerade nicht raus keine ahnung ach so dann werde ich wenigstens einen block hier hinstellen und weiß ich wissen dass ich schon mal hier war das war eine ganz simple taste eigentlich naja egal gut und hier müsste es eigentlich zum händler denn gehen ja also das haus sollten wir uns merken vielleicht für den blutmond dass wir wenigstens ach da mal schlechte laune oder was ist hier los ich dachte gerade da hinten steht eine rehe aber das war nur ein einkommenswagen so da hinten ist das verbrannte gebiet da wollen wir noch gar nicht hin das ist ja auch noch mal eine ecke härter hm ich guck mal kurz was so da ist der händler ich kann ja schon mal schauen ich guck dir vielleicht ich weiß nicht was das noch hat ich habe zwar keine kohle oder so aber man kann ja mal gucken kundschaft so kann ich schon naja ist noch nicht lang genug hier so was gibt es denn noch so schön mit hallo patrick grüße dich schönen guten abend so ne nerdbrille ja das brauche ich jetzt ganz dringend na gut trinkwasserwälder das können wir auch noch nicht glaube ich na gut das hilft uns eh nicht wir haben auch keine kohle ja ich weiß vielleicht machen wir hier so ne so ne runde gucken wir mal rein so den zu machen und dann nach vorne links ok äh wir spielen auch 9.57 ja das ist noch gut naja mitnehmen wenn wir uns nicht sehr viel weiter bringen erst mal huch wieder nehmen ach ich wollte noch einen baumstumpf suchen einen baumstumpf wir brauchen noch honig baumstumpf wildtiere nix dorstig schon wieder naja komm so nach halb voll ich meine ich so so jetzt nichts zu holen man muss auch so ein bisschen glück haben so mit dem spot wo man irgendwie spawnt oder überhaupt mit der karte wahrscheinlich ich hab mir gar nicht groß gedanken gemacht ich hab einfach bloß ja mach mal gemacht ich hätte vielleicht mal vorher schauen sollen na egal gut rucksack hallo ii na da ist auch noch ein häuschen ich bin noch ein bisschen lädiert das ist gerade ein bisschen schwierig war da noch was auch eine handtasche da ist bestimmt Geld drin jo naja gehen wir den weg schon mal rein ich bin die ganze zeit am grübeln welche blöde taste das war ich komme da nicht drauf irgendwie vor dem gewissen jahr später auf jeden fall wichtig werden wenn ich mal was bauen will so richtig bauen ach war das nicht dahinten wo der jumper war wo ich letztes mal so krieglich korrekt bin ok ich muss jetzt glaube ich mal hier was essen und trinken sonst achso warte mal hatte ich nicht irgendwas gefunden getränke irgend so ein stapel achso katzenfutter mhm lecker der blaubekuchen haut richtig rein ich will die immer ungern verraten aber ich glaube den brauchen wir jetzt so ich brauche noch einen baumstumpf obwohl ich bin schon bei vier prozent fünf prozent kann das ja heilen achso schiff und warte mal ich kann ja meine schiff und herrwiesen schon mal versorgen achso ich geh mal kurz von hier oben lang weil ich nicht weiß wo der ist das ist da hinten warte mal war ich da schon ja hello na wohin des weges jetzt aber warte mal das kommt mir bekannt vor hier ach sehr gut wir brauchen ja noch drei ne jetzt nur noch zwei kochbücher dann könnten wir theoretisch eher mit speck machen aber ich wie gesagt ich finde hier irgendwie kein ähm wild oder so honig honig macht mich unter fünf prozent es klappt auch immer nur einmal war dass man honig findet in so einem baumstumpf danach ist dann wieder so nix auf jeden fall haben sie die nester reichlich mit eiern gefüllt das ist so ein bisschen wie ostern ja ne aber das war vorher in der version oder noch in der beta version sozusagen oder alpha war das ja ist schwierig immer eier zu finden aber dafür gab es dann eben noch mehr wild jetzt haben sie es eben umgedreht mhm oh da ist ein huhn na ja komm kletter natürlich das ist ein bergsteigerhuhn ein so genanntes es ist doch nicht wahr da findet man endlich mal ein lebewesen was man futtern könnte und dann klettert es hier einen berg hoch oder was glaube ich spinne wahrscheinlich eigentlich gar nicht hin aber ich habe noch ein bisschen zeit ich gehe jetzt mal hier weiter Tag 4, naja gut Das kam verspietet Ich muss mal hinter den Hügel nochmal gucken Weil ich meine Dass ich da Im früheren Gaming Leben hier schon mal was gebaut hatte Also So warte mal Baumstumpf Achso, erst mal Zombie Noch mit unter 5% Aber Das Könnte sich schlagartig ändern Ja Ja, ja, ja Schnell, schnell Oh Gott, genau 5% Mal sehen ob es reicht Gucken wir mal Ähm Ich bin falsch So Hier lang Da komm ich mal Habe ich auch noch mit wie Wochen noch Erfahrungspunkte So, ich glaube Ich meine da hinten ist mich auch noch So ein großer Bauernhof Das blöde ist, dass das umziehen hier echt schwierig ist Wenn man wirklich sich vornimmt dann doch woanders hinzugehen Den Hase Ich seh den Hase Was? Oh Gott, was hat denn für eine Reichweite? Oh, die können jetzt nicht auch den Berg hoch hier Hör auf Hör auf Fällt der denn runter? Tja Sehen Sie sich nie wieder den Pfeil? Doch Ah Ja Großartig Den anderen Pfeil Den finde ich im Leben nicht Okay, aber hier gibt es einen Hasen Das ist schon mal gut Ah ja, genau Hier bin ich Ja Das dachte ich mir Ich glaube da hinten ist auch die City Denn Was? Der war getroffen Ich muss jetzt wieder verarschen Oh Gott, hat das gedauert Das ist mein Hase Ah, ich hab noch gar kein Ich hab noch gar kein Messer Warte, 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 warte Ähm Ich bin verwirrt Moment Kleine Axt Maler Pinsel Das würde ich nicht benutzen Okay Kann ich noch gar nicht Hab ich noch gar kein Messer? Kann ich noch gar keins machen? Oder muss ich das mit der Axt zerlegen? Ah ja Okay Sechs Stücken Fleisch Ja, das ist sportlich Für so einen kleinen Hasen Okay, also hier gibt es zumindest Aber ist ganz schön weit weg Naja gut Dann Vielleicht wenn Wir denn mobil sind Dann macht es vielleicht Sinn So, warte mal Ich gucke mal Ob ich hier Noch einmal Honig finde Ach, da unten ist wieder jemand Ist man ins Wasser geplumpst? Hast du eine Radkacke? Könnte ich mitnehmen Ja, ich habe es mit einem anderen Game verwechselt Mit Messer Da hatte ich jetzt mal kein Glück Ich brauche ja noch zwei Hefte Mit Das Kochen Ich glaube da hinten ist eine Bibliothek Aber die ist jetzt noch ein bisschen zu heiß Glaube ich Ah ja, stimmt Der meinte ja Knochenmesser Aber das geht doch irgendwie Ich habe das irgendwie noch nicht gesehen Ach, da ist es doch Mein Gott Gut Dann nehmen wir das Nochmal danke für den Hinweis Ja, das ist glaube ich auch besser Denn zum Weil sonst Zerhaut man sich immer die Axt damit Ich glaube hier sind wir noch nicht Bereit für glaube ich Oder wie viel Ach Gott Wir sind ja eh schon wieder überladen Ich brauche unbedingt ein Fahrrad Ey Ich muss zusehen Dass wir das Schnell zusammen kriegen Ich muss jetzt mal abladen Dann können wir ja schon Achso, ich brauche ja noch zwei Kochzeitschriften Mal sehen Vielleicht finde ich ja unterwegs Noch ein paar Briefkästen Ich gehe nochmal in ein Häuschen rein Mal gucken Ja, aber ich meine nämlich Dass Dass man da auch mehr Ausbeute Dann mitkriegt Mit dem Messer Bei so viel Survival Games Die es gibt Und die man mal so spielt Kommt man schon ein bisschen Durcheinander Wo man was findet Also wo man was braucht Aber ja Ist der Mad Warte mal Ich muss mal mein Vogelnest hier leeren So Jetzt bist du dran Okay Den hatten wir schon Ja Aber nichtsdestotrotz sind Tatsächlich so die Tiere etwas rar gesät Und hier finde ich Das war schon mal Ja bitte Ich freue mich schon Wenn es richtig los geht Und man Seine eigene Base baut Aber Erstmal muss man Erstmal einen Grund Drinnen haben Sonst Jetzt bringt das noch nichts Anzufangen Ich muss erst mal rausfinden Welche Taste das war Wo ich die anderen Formen auswählen kann Das war auch ganz wahnsinnig Ich bin da schon auch raus Aber Im Moment So Ob ich hier mal reingehe Ich weiß Ich bin überladen Aber Ich habe hier schon In den Briefkasten geschaut Und hier gibt es nichts Ach Wir wollten jetzt ein Flugzeug Na Warte mal Das ist wahrscheinlich Hier eh so ein Gebiet Was Hm Gibt es hier gar keine Roten Gesichter Haben wir hier Maiskolben Ja Ein Okay hier spielst du anscheinbar keine Rolle Aber Mais ist schon mal gut Dann können wir das nämlich auch schon mal auf den Grill hauen Ich glaube das Mais müsste eigentlich ganz gut satt machen Durstig Komm So der Rest ist verdirrt Ne ich gehe mal zum Flugzeug Das interessiert mich jetzt mal Was uns das so schönes gebracht hat Und Was ist das so schönes